Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Ich kann das von hier aus lesen, auf dem Schild heißt Kaiser Franz der Erste, das sind wahrhaft Gut gelasert die Augen, also das könnt ihr nicht so genau lesen. Ich habe es nicht gelasert, aber ich habe Brüllen auch für's, jetzt sehe ich es ein wenig besser mit den Brüllen, dafür kannst du dann keine Landkarten lesen, am 21. kann ich auch lesen, aber das andere kann ich auch lesen, das letzte kann ich auch lesen, ach so 18, 15, ok. Ein Papuanische Gruß, also du musst zuzwickeln und ausziehen, jawohl, so, jetzt so. Ja genau, das ist das auch noch schön.